Damit geh ich jetzt einfach zum Typen nach oben hin und hau dir das Ruder auf den Kopf. So, kann man das hier als Flick, zum Flicken verwenden? Kann man auch nicht, okay. Egal. Wir können erstmal dahin gehen, wo der Hahn ist. Schau einfach auf das Rohr. Gib es mir. Wir sind Master Woodcarver. Okay. Tickets. Was ist denn geben? Sch-sch-sch-sch-sch-sch. Gut da. Okay. Gut. Äh, erstmal hier. Ich will Geld bezahlen. Eins, zwei. Wow. Schon vorbei? Gehacktes Holz. Wer zahlt denn da... Wer zahlt denn da zwei Münzen für... Für so ein gehacktes Holz? Das macht keinen Sinn. Okay, ähm... Geh die Zange für. Hahn mitnehmen. Karte mitnehmen. Pinsel mitnehmen. Sonst kann ich nicht... Pinsel? Keine Ahnung. Ein Hahn-Token. So. Mit dem Hahn-Token gehen wir... Hier war das, ne? Ja. Das Moorlanddorf wurde auf Grund gebaut, der den slavischen Menschen heilig ist. Erst vor langer Zeit kamen Menschen von überall hierher, um die alten Geister anzubeten. Etwas an diesem Ort zog magische Kreaturen an, die Zuflucht aus der harten Welt der Menschen suchten. Ah. Das kann ich nicht mitnehmen. Nein. Karte! Juhu! Hab gehacktes. So. Ordnet die Kreaturen auf dem... Long, long time ago. Slavik Kreaturen. Kreaturen und Menschen lebten zusammen als Nachbar. Einige Menschen konnten die magischen Kreaturen sehen, andere nicht. Das ist voll cool gemacht. Das ist voll schnell. Stimmt. Es war eine kommunale Wahrheit, dass einige Kreaturen die Menschen für ihre Missdeeds verletzten. Und andere haben ihnen unterstützt, in ihren heutigen Leben. Rigen! Aber die Zeit haben verändert. Die Zeit der Grunde begann, und die Magik wurde weniger verletzten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 okay das wenn ich jetzt mit dem boot los habe würde singen ist richtig was wird mit peruta two evil kreaturen at large what do we do what do we do ich bin überrascht wenn das funktionieren würde natürlich gibst du mir nein und darauf soll man kommen ganz ehrlich bretter so an dass das loch abgedeckt wird ja ich bin jetzt ein bisschen auseinander hier erst ein bisschen auseinander nehmen wir so was muss denn da unten rein kann man die dinge drehen kann man nicht das passt da rein das passt da rein ja passt das ding passt hier rein kann man gerade nicht sehen nein das ding passt da rein so das ding passt hier rein das ding passt da rein das ding müsste denn hier rein passen da und da das kannst du jetzt bitte verkleistern das boot ist repariert jetzt testen ob es unsichtbar ist Es funktioniert! Great, jetzt das Rohr! Äh, das Boot ist weg! Hier geht's! Nicht nur ist es geprägt, wir haben es auch ein bisschen gefeiert. Das ist ein bisschen. Das ist da. Was? Der kommt auch, glaube ich, mit dir. Dann reisen wir doch mal rüber. Ich zeige dir den Weg. Du wirst nicht wissen, dass du die Forreste. Was ist das? Nein! Es ist die Moth wieder! Hilfe! Hat der gerade mal hingeklaut? Ja! 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 Ich muss ihn zerstören, wenn ich... Was? Wenn ich... Wenn ich will, den Fluss zum Fließen bringen. Ich muss ihn zerstören, wenn... Ich muss ihn zerstören, wenn ich will, den Fluss zum Fließen bringen will. Klar. Nur dann wird es sich die Mühle drehen. Ja. Bestimmt gut, wenn ich mit dem alten Ding aus noch ein paar Nägel abmache. Hast du die Zange nicht mehr? Der Pfahl steht unter Wasser. Ich komme nicht weiter. Ich habe ein paar Nägel. Ich habe... Ich hoffe, er hat das... Dinger hier. Good Job, GG. So, Schleifstein... Ich komme nicht weiter, ne? Irgendwo... Nein. Ich muss es aufschrauben. Himmel vielleicht? Keine Ahnung. Ernst? Ja. Ein Axtgriff und... Ein Fernseerteil. Was hat der überhaupt in der Haft? Oh, Jotte, 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 Jotte. So, Fensterteil. Ne, erstmal Axt. Die klingende Axt wird abfallen, wenn ich sie nicht befestige. Ich brauche aber etwas, um diese Nägel einzuschlagen. Ich brauche noch einen Hammer. Ich schraube auch immer mit den Kopf. Oder ein Stein. Plopp. Verschiebe die Blöcke nach oben und unten, links und rechts, um den Weg zum Ausgang für den goldenen Block freizumachen. Warte, warte. Der muss einen... Der muss... Nee. Der da drunter. Der da... Neben den. Neben den. Der muss einmal hoch. Ja. Der muss runter. Der muss runter. Der muss runter. Der muss runter. Oh. Das ist die Kleinen, das können und die Großen nicht. Ja, ja. Ist das halt... Nee, also, komm. So. Ah, ich warte schon. Oh, falsch. Jotte. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so.